In diesem Video möchte ich mal über den Unterschied zwischen einem klassischen Master und einem MBA sprechen, weil das sind zwei unterschiedliche Dinge, die aber oftmals in den gleichen Topf geworfen werden und mich Leute fragen, David, soll ich einen Master machen oder soll ich lieber ein MBA machen? Und es ist sehr wichtig, dass man die Unterschiede zwischen diesen zwei Positionen oder zwischen diesen zwei Arten der Weiterbildung versteht. Also, der MBA steht für Master of Business Administration. Das heißt, ein MBA hat, wie der Name schon sagt, ganz klar den Fokus auf Management und Wirtschaft. Ein normaler Master, sage ich mal, ich nenne es jetzt einfach mal normalen Master, natürlich ist ein Master of Business Administration auch irgendwo ein Master, aber ein normaler Master, den du beispielsweise auch an der Deutschen Uni machen kannst, den du an der Business School oder so machen kannst, der hat viel mehr Spezialisierungsmöglichkeiten. Da kannst du zum Beispiel einen Master machen in Accounting and Finance, du kannst einen Master machen in Entrepreneurship, du kannst einen Master machen in Business Innovation. Du kannst sehr viele verschiedene Spezialgebiete in diesem Master wählen, wohingegen ein MBA meistens noch wieder sehr generalistisch eben auf das Management vor allem ausgerichtet ist. Der zweite wichtige Punkt ist, dass man sich anguckt, okay, wer macht denn in der Regel einen Master und wer macht in der Regel eine MBA? Und da gibt es schon den ganz klaren Unterschied, dass ein Master in der Regel direkt nach dem Bachelor gemacht wird oder nach einem Gap hier, in dem Gap hier, das wird gerne dafür benutzt von den Leuten, die werden im Bachelor halt noch nicht früh genug angefangen haben mit den Praktika, das heißt, die müssen dann, um in dem Master schon sehr gut zu sein mit diesen Vorpraktika, um da schon mit etwas Erfahrung in den Master hineinzugehen und dementsprechend am Ende des Masters ein sehr gutes Profil zu haben, die machen dann während dem Gap hier nochmal zwei, drei Praktika und reisen ein bisschen durch die Gegend. Alternativ kannst du auch direkt nach dem Bachelor schon in dein Master hinein starten, wohingegen für ein MBA an fast jeder Business School eigentlich drei bis fünf Jahre Berufserfahrung mindestens vorausgesetzt werden. Sprich, du hast da zwei ganz unterschiedliche Arten von Klientel auch. Du hast einmal irgendwelche 22- bis 25-Jährigen beispielsweise, die direkt nach dem Bachelor oder spätestens ein Jahr nach dem Bachelor direkt im Anschluss und Master machen noch nie wirklich viel Geld verdient haben, außer sie haben im Investmentbanking oder bei einer Top-Strategieberatung ein paar Praktika gemacht, aber auch noch nie, sage ich mal, jetzt sind ja noch nicht so wirklich in der Karriere vorangekommen, wohingegen du bei einem MBA eben wirklich Leute hast, die wirklich für drei, vier, fünf Jahre, teilweise sogar noch mehr, ein ordentliches Geld verdient haben und jetzt quasi diesen MBA machen, um sich selbst eben quasi nochmal einen Karrierevorsprung zu sichern. Voraussetzung sowohl für den normalen Master als auch für den MBA ist jeweils quasi ein erster Hochschulabschluss, sprich in der Regel eben ein Bachelor. Meistens brauchst du dafür auch eine gewisse Anzahl an Noten, also ein gewisses Niveau an Noten. Für viele, vor allem von den exklusiveren Masterprogrammen beispielsweise, ist auch immer ein GMAT von Nöten oder ein GRE. Das sind beides beispielsweise ein bisschen allgemeinere Zulassungstests, weil ich meine, so eine 1.4 an der Uni kann auch ganz anders sein als eine 1.4 an der Uni und weil es die Master-Universitäten ebenfalls wissen, setzen viele nochmal ein GMAT voraus, der quasi generell von jedem gleichgemacht werden muss, was auch oftmals beispielsweise getestet wird, sind deine Englischkenntnisse beispielsweise mit einem Töffeltest. Ja, also das sind Gemeinsamkeiten, die du hast, sowohl bei einem MBA als auch bei einem Master. Dieser Unterschied zwischen dem Klientel spiegelt sich aber direkt im nächsten Punkt beispielsweise auch in den Studiengebühren wieder. Ja, das liegt jetzt natürlich nicht daran, weil die Leute, die ein MBA machen, tendenziell einfach mehr Geld haben, wobei es natürlich da auch ein bisschen Aspekt ist, aber es ist einfach so, ein Master kannst du beispielsweise auch ganz klassisch an einer normalen staatlichen Universität machen, wo du gar nichts für zahlst, kannst auch relativ günstige Master machen an Business Schools oder so, wohingegen der MBA in der Regel wirklich gut ins Geld geht. Ja, viele MBA-Programme werden wirklich auch an den allerhöchst gerankten Business Schools angeboten, ja, beispielsweise irgendwie Harvard MBA oder sowas, wo du dann wirklich horrende Studiengebühren zahlen musst, aber der Vorteil ist natürlich, da sind nur Leute, die bereit sind, so ein Investment zu tätigen und wenn du dann da ein Netzwerk aufbauen kannst an lauter anderen Leuten, die ebenfalls für vier, fünf Jahre schon wahrscheinlich teilweise Führungserfahrung gehabt haben oder jetzt diesen MBA machen, dafür wirklich sehr, sehr hohe Studiengebühren in Kauf nehmen, um ihrer Karriere den Boost zu geben, dann weißt du, okay, dieses Netzwerk, das wirst du dein Leben lang haben. Sprich, MBA ist auch noch mal noch einen Ticken stärker von diesem Netzwerkgedanken, aber in der Regel haben MBAs einfach auch höhere Studiengebühren. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen MBA und Master, wobei man das natürlich auch nicht komplett verallgemeinern kann, das hängt immer ein bisschen auch von der Uni beziehungsweise von der Hochschule ab. So, das waren jetzt die größten und wichtigsten Unterschiede und um jetzt mal vielleicht wieder zurückzukommen zu der Frage, was sollst du machen, normaler Master oder MBA? Ist natürlich zum einen die Frage, willst du generalistisch bleiben? Ja, möchtest du eine Karriere vor allem irgendwie im Management-Bereich machen, dann bietet es sich beispielsweise an, einen ganz klassischen MBA zu machen, du kannst aber auch einen Master in Management beispielsweise machen. Ja, also das widerspricht dir nicht unbedingt. Was du dir eher die Frage stellen solltest, ist, wie gut sieht denn dein Profil aus? Wenn du mit dem Bachelor fertig bist. Ja, wenn du von Anfang an alles richtig gemacht hast, irgendwie wie ich schon im ersten Semesterferien, im zweiten Semesterferien richtig starke Praktika in den Land gezogen hast, sehr, sehr gute Noten geschrieben hast, dich dann da weiter mit den Praktika hocharbeitest und schon zum Bachelor bei deinen Wunscharbeitgebern eigentlich einsteigen kannst, dann könnte man sich die Frage stellen, warum soll ich dann noch irgendwie zwei Jahre opfern für einen ganz normalen Master, wenn ich doch jetzt schon einsteigen kann. Dann könnte man sagen, okay, dann steigt man nach dem Bachelor schon ein, arbeitet dann vier, fünf Jahre und wenn man dann merkt, okay, jetzt für den nächsten Step, ich möchte jetzt wirklich richtig Vollgas geben, mich nochmal in eine deutlich höhere Management-Position zum Beispiel hochbewegen, dass man dann sagt, okay, jetzt lasse ich es mir zum Beispiel, teilweise bieten das zum Beispiel auch Unternehmensberatung an, dass sie das Ganze teilweise ein bisschen sponsoren. Ja, da habe ich schon von einigen gehört, wenn du dann bei einer Top-Strategieberatung beispielsweise warst, dann kommst du auch relativ leicht in so gut wie jedes MBA-Programm rein, also natürlich nicht sehr leicht in so gut wie jedes, aber du kommst dann auch in sehr exklusive MBA-Programme beispielsweise rein, dann werden ein Großteil der Studiengebühren übernommen, sprich, das ist immer eine Variante, die man sich mal offen halten sollte. Falls du jetzt allerdings natürlich noch nicht das Profil mitbringst, wenn du fertig bist mit dem Bachelor, aber hohe Ziele hast, dann musst du natürlich noch einen Master machen, um dann dein Profil dementsprechend zu schärfen, damit du quasi zum Berufseinstieg schon ein sehr gutes Profil hast. Das wäre so meine persönliche Einschätzung dazu. Ich weiß, ich habe letztens mal ein Video gemacht, wo ich sage, okay, du musst jetzt nicht zwingend einen Master machen, weil du zum Beispiel im Investmentbanking siehst du viele Leute, die von Anfang an die richtigen Steps gemacht haben, die schon nach dem Bachelor einsteigen. Natürlich ist es sicherer, noch einen Master von Anfang an zu machen, aber du musst dir halt immer den Gedanken haben, dass du da eben dann ein oder zwei Jahre später im Beruf einsteigst. Und wenn du beispielsweise so ein Ziel hast wie Investmentbanking, wo du halt realistisch auch schon nach dem Bachelor einsteigen kannst und dort exakt die gleichen Gehaltsaussichten hast, warum dann zwei Jahre auf Gehalt verzichten? Weil wenn du 50 Jahre alt bist, hast du dann quasi zwei Jahre weniger Geld verdient. Ja, deshalb so viel dazu zu meinem einen letzten Video, wo ich das gesagt hatte. Sprich, ich würde dir wirklich empfehlen, von Anfang an Gas zu geben, von Anfang an die richtigen Steps zu machen, um dann nach dem Bachelor wirklich nicht gezwungen zu sein, einen Master zu machen, sondern dir selbst aussuchen zu können, ob du einen Master machst. Und wenn du dann der Meinung bist, okay, du möchtest einen Master machen, sei es, um dein Profil noch besser zu verschärfen, sei es, weil es dir so viel Spaß macht, dann go for it. Ansonsten kannst du quasi auch erstmal nach dem Bachelor einsteigen und dann quasi nach vier bis fünf Jahren einen MBA machen. Das ist so der größte Unterschied zwischen diesen beiden Varianten. Und um jetzt in deinem Bachelor oder alles spätestens in deinem Master alles richtig zu machen, da wollen wir dich natürlich sehr gerne unterstützen mit unseren Angeboten auf karrierefreund.de, von dem her, geh gerne mal unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link, füll da ganz kurz unser Bewerbungsformular aus, dann kannst du mal mit einem aus unserem Team telefonieren, da können wir mal gucken, ob und wie wir dir optimalerweise dabei helfen können, dass du von deiner jetzigen Situation zu deinen hohen Zielen kommst, was für Steps dafür noch notwendig sind. Und dann wollen wir dich natürlich auch dabei unterstützen, dass du diese Steps erfolgreich unternimmst. Von dem her, geh gerne mal unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung und trag dich da kostenlos und unverbindlich ein. Ich würde mich freuen, wenn wir dich dann auf deinem zukünftigen Karriereweg unterstützen dürfen. Also das war es mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen hoch, schreib mir gerne auch nochmal unten in den Kommentaren, ob ich das ganze Thema nochmal ein bisschen ausführlicher beleuchten soll oder ob jetzt dieser erste Vergleich schon gereicht hat. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, viele Grüße, dein Karrierefreund David.